ja es geht um ein update bezüglich des softs games oder auf deutsch wir arbeiten mit den pflanzen ich und mein wir gefühl wahrscheinlich werde ich das dann doch hinterher alleine machen ja in der vergangenheit sind auch schon mal pflanzen rausgeflogen weil ja sie nichts geworden sind oder nicht gefallen haben oder beides wie auch immer diesmal geht es um die red ruby ich krieg die einfach nicht im griff ich habe die befallenen von allen befallenen blätter entfernt und so weiter habt ihr ins licht gesetzt und getan und gemacht aber irgendwie ist das in allen magnet sind schon wieder ein paar blätter verallt und wenn ich die zurückschneide so schnell können die gar nicht nachwachsen wie ich die zurückschneiden müsste und habe mich dann entschlossen mich jetzt schweren herzens von dieser pflanze zu trennen wo ein ende ist ist natürlich auch wieder ein anfang ich habe mir jetzt gerade noch ein paar pflanzen geholt und zwar ich muss das ablesen ich krieg das einfach nicht hin das ist die limnophila sessilie flora oder der blütenstiellose sumpffreund und er wird dann den platz von der red ruby einnehmen genug gelabert schauen wir uns das mal jetzt kann man jetzt mal so einigermaßen sehen dass hier wieder einige der blätter mit algen befallen sind und das wuchsbild im gesamten ist auch jetzt nicht wirklich als prächtig zu bezeichnen hier müsste ich wieder zurückschneiden und bei der wachstumsgeschwindigkeit der red ruby da bin ich ewig dran bis ich die so hinkriege dass ich das schaffe also werde ich die jetzt rauspacken und vielleicht irgendwann mal wenn ich mehr erfahrung mit pflanzen hat kommt wieder eine red ruby rein der sumpffreund ist jetzt nicht wirklich die anspruchvollste pflanze und ist auch sehr günstig im handel zu bekommen ich habe mir drei bund geholt und noch nicht einmal vier euro bezahlt insgesamt waren das jetzt also 20 stengel die da waren und davon waren drei die ich etwas stärker einkürzen musste weil die nicht mehr wirklich so wahnsinnig toll aussahen aber naja bei dem preis muss man schon mal die einen mit der einen oder anderen einbußen rechnen oder in kauf nehmen ich mache es jedenfalls aber hier sind sie noch draußen und gleich zeige ich euch wie sie darin aussehen ja es war keine leichte entscheidung mir hat die pflanze eigentlich gefallen aber nicht so wie sie bei mir wächst und spontan war es auch nicht ich habe es mir lange überlegt und den sumpffreund habe ich jetzt deswegen genommen weil es auch eine feinfiedrige pflanze ist und ich hoffe dass das meinen garnelen dann auch sehr gut gefällt die haben jetzt komplett den platz eingenommen ich habe alle 20 stengel reingekriegt die kürzeren vorne eingepackt ja so gesehen ich bin nicht unzufrieden mit der wahl der pflanze da sie zwar eine pflegeleichte pflanze ist aber durch co2 und entsprechendem licht und sie hat jetzt da natürlich einen sehr guten lichtplatz erwischt soll sie relativ dicht wachsen und ich hoffe mal die garnelen die mögen das ja jetzt habe ich so viel erzählt habe auch gerade gesagt ich zeige mal wie es dann aussieht natürlich zeige ich das in den impressionen bis zum nächsten video tschüss so 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 so